Wir könnten jetzt das gesammelte Wissen über ihn einsetzen und einfach mal feieres Tierkunde. Ich glaube, feieres Tierkunde ist es immer gut, wenn wir Fähigkeiten benutzen, denke ich mal. Also unsere Eigenschaften. Du kannst nicht fliegen, fühlst dich aber auf dem Baum wohl. Ist dein Sehntier ein Eichhörnchen? Woher weißt du denn das? Deine Fragen sind von einer seltsamen Dringlichkeit, die mir Bardock scheint. Bitte bedränge mich nicht weiter, Sohn. Äh, ja, das tut uns leid. Können wir ihn nochmal über sein Verhältnis fragen? Wir teilen viel ohne zu sprechen. Wenn sie die gewaltigen Flügel ausbreitet und von mir fortfliegt, ist ihr heller Jagdschrei voller Sehnsucht. Jetzt redet er aber etwas offener. Okay, ich lass dich lieber in Ruhe, bevor du mich weiter vorsitzt. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei von ihnen. Jetzt können wir wieder zu Kellen Leia zurück und noch ihr Sehntier herausfinden. Auch wenn ich denke, dass es wahrscheinlich ein Adler ist. Ja, ich möchte das Gespräch weiter fortsetzen, was wir hatten. Ich habe den Eindruck, dass die Beute, die du jagst, eine Information ist. Nö, eigentlich keine Information. Wir wissen es eigentlich. Ich vermute, oder besser gesagt, wir vermuten, dass es ein Adler ist, richtig? Ja, darum geht es. Nun, da du deine Beute in die Krallen bekommen hast, werde ich sie dir nicht nehmen. Deine Vermutung stimmt. Der Aar ist es. Hm. Der Aar. Also Aar. Bei den Elfen heißt der Adler Aar. Äh, danke für das Gespräch und gute Jagd. So, dann haben wir ja alle drei Sehntiere. Also zurück zu Linden für den Eulenflug. Und dann können wir hoffentlich das Problem mit den Piraten lösen. Hast du die Sehntiere meiner Geschwister erkannt? Oder brauchst du nur ein Werkzeug zum Anspitzen? Äh, will er uns mit diesem Anspitzen irgendwas Bestimmtes sagen? Nein, eigentlich habe ich das Wesen der drei Elfen erkannt. Du hast mit Fragen nachgeholfen, hm? Und meine flatterhaften Geschwister konnten sicher ihre Schnäbel nicht halten. Eigentlich, uff. Zwei haben wir so erkannt. Ziemlich schnell. Nur bei der dritten mussten wir nachhelfen. Ja. Kalendaya war distanziert wie ein Adler und Linderscheu wie ein Eichhörnchen. Dafür war ein elberner Gespräch wie ein Älster. Du hast es erkannt. Nutze diese Gabe, das Innerste einer Person zu erfassen. Wie dieses Amulett wird sie dir helfen, wenn du Entscheidungen zu treffen hast. Sprich nun mit Isalier. Und du, liebe Feiris, gehe mit offenen Sinnen durch die Welt, um auch dich selbst deutlicher wahrzunehmen. Ob schon dir die Verwandlung nie vergönnt sein mag, wird dieses Amulett dir helfen, deinem Seelentier nah zu sein. Oh, das ist aber ein nettes Geschenk. Er schenkt uns zwei Amulette, wenn ich das richtig verstanden habe. Gut. Ja, wir haben das Vertrauen der Elfen eigentlich erlangt. Gucken wir mal kurz, was die beiden Amulette machen. Äh, der Träger verpackt besser sein gegenüber. Und das kann... Das ist auch nicht schlecht. Also, das ist für mich. Das erhöht nämlich die Menschenkenntnis. Um drei. Und Feiris kriegt... Äh, das muss ich Feiris geben erstmal. Dass sie es anlegen kann. Das erhöht ihre Sinnesschärfe. Gucken wir mal kurz durch. Ah ja, ich wollte bei ihr Zauber... Die zwei Zauber steigern. Und zwar... Einmal den Acceleratus. Höher. Und wo habe ich den... Reskidere. Bin auch etwas höher. Dann ziehen wir beides noch hier unten rein. Bisschen angeordnet, so. Acceleratus. Den kann ich, glaube ich. Ja. 12 Sekunden mindestens. Plus das Doppelte der durchgekommenen Zauberfertigkeitspunkte. Das maximal 16 zusätzliche Sekunden. Ja, das hebt schon ein paar... Ein bisschen. Das könnte ich dann auf Vorgrim sprechen, wenn es mal sein muss. So, kann ich noch was Besonderes, was ich machen könnte? Ja, ich könnte die beiden Sachen mal hochstellen. Auf Maximum. Die Zwergnase. Wie hoch ist denn Vorgrimseite? Die Zwergnase eigentlich. Vorgrimseite ist höher als meine. Also steigere ich die mal etwas. So. Ich wollte ja eigentlich... 320 Punkte für Gewandtheitsperren. Na gut. Maulwürfe vielleicht. Die sind auch blind und wühlen in der Erde. Sie kümmern sich gar nicht so viel um Tiere, sondern nur um Steine. Dann haben sie vielleicht Seelsteine. Edelsteine, wie die Drachen ihre Karfunkel. Zwerge und Drachen haben bestimmt mehr gemein, als ihnen lieb ist. Beide hoffen gern. Aber Vorgrim scheint mir eher ein Flusskiesel zu sein. Er fährt nicht so gern auf den Fluss wie der andere Zwerg. Ich halte ihn für ein Granitgestein. Die philosophieren gerade darüber, was für Gesteinssorten wir sind. Also Vorgrim und ich. Das ist genial. Das ist echt genial. Aber gut. Jetzt reden wir mal wieder mit die Saliel. Linven sagt mir, dass du einen Einblick in das Wesen der Fell hier erlangen konntest. Vertrete nun die Belange der Sturmwächtersippe mit derselben Empathie, die du hier bewiesen hast. Ja, das werden wir machen. Und zur Not können wir die Piraten immer noch verhauen. Dann suche ich nur den Käpt'n auf. Oh, Stufenaufstieg für Koano. Ja. Das machen wir vorher mal kurz. Oh, der hat jetzt aber... Gut. Was an Punkten. Fallen... Naja, Fallen und Schärfen macht Feires eigentlich, deswegen geht das Schlösser knappen bei ihm höher. Oh, Feitsch können wir bei ihm definitiv mal erhöhen. Das können wir nachher brauchen, wenn wir zurück nach Nadoret gehen. Ein bisschen mithören. Boah, seine Lebenspunkte erhöhen kostet einen Haufen. Aber gut, das dürfte... Äh, Selbstbeherrschung noch eins höher. Ist die Selbstbeherrschung bei allen erstmal hoch genug, außer bei mir. Dann geht es jetzt erst einmal nach dem Schnellspeichern zurück zu den Piraten. Also müssen wir wieder hier runter. Na gut, so offen ist das Gebiet hier nun auch wieder nicht. Aber trotzdem ist die Piraten mal hier ankommen. Haben die Elfen hineingeheizt. Es sei denn, sie brennen halt den, äh... Wald ab. Okay, wo ist jetzt der Schnellreisepunkt? Bloß der wäre oben gewesen. Hallo friedlicher Hörschkäfer. Der ist tatsächlich oben und ich gehe hier runter. Aber so kann ich wie ich es noch ein bisschen was von dem schönen Gebiet hier genießen. Ah ja, hier ist der Schnellreisepunkt. Also auf zum Sumpf. Mit dir will ich nicht palabern. Ich will mit deinem Käpt'n reden. Warum dürfen wir den Besuch nicht ausnehmen? Auf dem Fluss machen wir auch nichts anderes mit Fremden. Weil wir Besuch sind. Ich grüße euch. Was könnt ihr mir berichten? Okay, die Elfen sind bereit mit euch in Verhandlungen zu treten, was sind eure Forderungen. Hm. Forderungen? Das klingt als entspringe dieser absurde Ausflug meiner Denke. Verfluchter Magier. Okay. Er hat jetzt gerade rausgelassen, dass er Magier entschickt. Ich tippe mal wieder auf Kaltenstein. Also war das schon ein guter Schachzug zu verhandeln, denn er scheint uns sehr gesprächig zu sein. Magier? Ich hatte also recht. Wo ist der Kerl? Den mache ich fertig. Oh, Grimm, ganz ruhig. Wir reden gerade in Verhandlungen. Wie spannend. Erzähl doch mehr, wer der Herr Kapitän. Ja, so würde er uns vielleicht auch nicht mehr erzählen. Die ganze Gruppe ist jetzt in Aufruhr und macht den Käpt'n wahrscheinlich nervös. Gut gemacht, Leute. Jetzt stehen wir wieder am Anfang da. Oh, Habki, natürlich. Und was wollt ihr haben? Was? Elfenbausch? Was soll das sein? Ein ganz besonderer Stoff, den nur die Elfen herstellen können. Im Sommer kühlt er, im Winter wärmt er, Elferts Tränen widersteht er. Und man sagt, sogar dem Fluss der Zeit. Also ich glaube, dass es gerade darauf ankommt, auf dem Fluss der Zeit. Weil, es heißt ja am Fluss der Zeit das Spiel. Ich denke also mal, dass Kaltenstein irgendwas im Fluss erreichen will. Deswegen braucht er den Stoff. Ist jetzt mal so meine erste Vermutung. Nein, ich kenne das Spiel nicht. Ich spiel's blind. Ich spiel's wirklich blind. Ah, ja. Jetzt könnten wir einfach mal nachgeben, aber wir sind mal so und tappen ihm auf die Füße. Wegen einem wenig Stoff hätte dir fast einen Krieg angezettelt. Wir brauchen davon einen ganzen Bayern. Oh, das ist ja so viel. Okay, wir werden dieser Sippe diesen Wunsch vermitteln. Was bietet ihm Gegenzug an? Wir haben mitnichten die Absicht, den Wunsch zum Marktpreis zu erwerben. Ja, das hab ich mir schon gedacht, dass ihr hier nicht handeln wollt. Ah, ja. Für eure Dukaten werden die Elfen hier sowieso kaum Verwendung haben. Eures Erachtens nach. Was verlangen die Elfen? Hört auf, hier Holz zu fähen und mit euren Säbeln zu rasseln. Verschwindet einfach. Ja, ganz diskret. Verstehe ich euch richtig? Ihr nehmt an, die Elfen würden uns schlicht den Bauschen verlassen, wenn wir vorgehen. Ja, denke ich mal. Wir könnten die Jutz jetzt... Okay, wir könnten jetzt uns etwas aus dem Fenster lehnen und Elfenphilosophie anwenden. Also haben wir, dass die Elfen die Harmonie wichtiger ist als... Geld... Wir könnten uns erst eine Bestätigung von Isarien holen. Oder wir könnten... Erstmal uns auf unser Wohl beziehen. Ja. Es sind Piraten, da sollten wir nicht mehr als Geodin weiterdenken, sondern als Soldat. Also, wir werden sie ihn überlassen und ich will sehr wohl etwas dafür haben. Natürlich. Ich erwarte für dahin den erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlung. Gehabt euch wohl. Okay, er ist bereit zu verhandeln mit mir. Das Ziel ist doch, dass wir reich werden. Ich bin weniger verdächtig als du. Hey, so verdächtig sind sie gar nicht. Eigentlich ziemlich nett, dass sie uns helfen. Ja, jetzt reden sie wieder darüber, dass ich ihnen helfe. Ich helfe ihnen aber eigentlich nur aus zwei Gründen. Erstens, weil ich mehr Informationen von ihnen brauche über Kaltenstein und Mora. Oder außerdem, weil ich unnötiges Blutvergießen hier im Wald verhindern will. Also. Sanya Zala, du sprachst mit den gierigen Menschen? Ja. Sie wollten... Wollen Elfenbausch von euch. Wird das ihre Gier stehen? Was denkst du? Ja, ich denke, sie wollen tatsächlich nur den Bausch. Wenn sie ihn haben, werden sie abziehen. Wer beginnt durch Besitz Macht zu erlangen? Der will mehr Macht. Mehr Besitz. Ah, ja. Der Kapitän scheint für einen Piraten recht anständig zu sein. Ein Mann von Ehre. Und wenn sie nicht abhauen, haue ich sie kurz und klein. Beziehungsweise dann erlaube ich Frau Grimm sie kurz und klein zu. Dann bringe diesem Mann so viel Bausch, wie er verlangt. Du findest den Stoff im kleineren Baumhaus. Ich muss mich nun wieder um eine Sippe kümmern. Okay, danke für das Vertrauen.